Um den berühmten Pharao Tutankhamon ranken sich so einige Legenden. Diese Geschichte aber ist tatsächlich passiert. Im vergangenen August sollte seine Totenmaske im ägyptischen Museum in Kairo wieder ins rechte Licht gerückt werden. Doch als man eine Glühbirne austauschen wollte, brach dummerweise sein Spitzbart ab. Das wäre alles halb so schlimm, wenn man den Bart nicht kurzerhand mit Heimwerkerkleber wieder angeklebt hätte. Und zwar mehr schlecht als recht. Jetzt ist Fachmännische Hilfe aus Mainz unterwegs.